Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktdurchblick von Tradingportal.net. Wir haben Dienstag, den 23. Oktober 2018 und es geht heute um sehr, sehr viel. Die Vorbührbörse ist sehr schwach, der wichtige Support um 11.400 ist bereits verletzt. Die Frage, ob du auch der Cetra-Tax zu schwach reinkommst, falls er wirklich per Gap unterhalb der Support um 11.400 startet, wäre das ein sehr bärisches Signal, es kann der Hinweis sein, dass die nächste Abwärtswelle eingeleitet wird und diese könnte dann wirklich sogar übergeordnet in den Bereich der 10.000er-Zone führen. Ich habe für euch nochmal den Dax-Monatschart offen, den ganz großen, die aktuelle Monatskatze, die mahnt zur Vorsicht. Noch können die Bullen natürlich hier noch einen Rückkauf starten und jetzt den Dax vielleicht sogar noch über die 11.730 treiben. Dann hätten wir einen großen bärischen Fehlausbruch, weil dann können wir uns wirklich dann zum Jahresende nochmal deutlich über die 12.000, richtig 12.500 bewegen, aber wenn wir jetzt hier wirklich auf Tiefpunkt, nah auf Tiefpunkt schließen, muss man einfach damit rechnen, dass in den Folgemonaten nochmal dann, selbst wenn es nur für eine Bodenbildung ist, dass hier weitere Monatskatzen ausgebildet, mit neuen Tiefpunkten ausgebildet werden, die dann eben in dem besagten Bereich von 10.000, 10.500 hier zum Beispiel, 10.200, 10.800 sind wichtige Zonen, dass dort dann noch ein Vorstoß gegen Lingen wird im vierten Quartal. Wenn denn die Bullen hier keinen Rücklauf mehr schaffen bis zur kommenden Woche, Mittwoch ist glaube ich der Monatsschluss, nämlich dass die Bullen nicht schaffen, aktuell sieht das sehr schwach aus. Eine solche Monatskatze mahnt zur Vorsicht, da braucht man dann nicht mal, am Ende des Monats gar nicht mal groß lang irgendwas aufstocken oder reingehen, da kann man einfach abwarten. Da muss man abwarten, bis hier eine Bodenbildungstendenz im Großen, das übergeordnete Scharfbett im Monatschart zu erkennen ist. Das wäre ein Bon-Signal, das wäre ein aktives Verkaufssignal. Noch können die Bullen hier was negieren, aber es geht heute schon vermutlich um nahezu alles. Schauen wir in den DAX-Tages-, ähm, nee, erst mal Wochen-Short, jetzt tun wir in den Wochen-Short, Monats-Short haben wir begonnen. Hier ist der Wochen-Short, hier ist der GD 200. Getestet wurde er bisher nur im Future, Cetra-Tax eben noch nicht. Jetzt wurde es gerade EMA 200, der hier bei 390 verläuft, verletzt. Wir müssen hier, das ist der letzte Rettungsanker für die Bullen. Naja, ansonsten ist ja wirklich auch, die SKS drückt dann immer mehr. Und der letzte Rettungsanker können dafür sorgen, dass hier die letzten Tore geöffnet werden und ein größerer Rutsch erfolgt. Hier habe ich auch dunkel eingezeichnet, welche Support-Zonen das sind. Das ist hier die 10.800, die 10.500, 10.200. Das wäre die nächste größere Support-Zone. Darunter wollen wir ja noch gar nicht schauen. Hier müssen Bremsspuren her, um für eine Bodenbildung oder Gegenbewegung, um diese zu starten. Wäre auch durchaus möglich, dann im Falle der Jahreseinträder, die da eben vielleicht auch nur eine Konsolidierung ist. Dann fällt man jetzt hier runter und das Jahreseinträder hat dann vielleicht nochmal eine Gegenbewegung hier nach oben. Dass wir dies dann sehen können, das wäre dann die Jahreseinträder eine Konsolidierung im Bärenmarkt. Aber diese Zone jetzt ganz wichtig, 11.400, 11.999, ganz ganz wichtig. Cetra-Schluss, Cetra-Schluss auch, Cetra-Start, mal gucken, ob er unterhalb erfolgt. Aber bei GAP eröffnet unter der Support-Zone wichtige Unterstützung oder eben auch Widerstände. Werden eben gerne mal überschritten oder unterschritten durch einfach zum Tagessort. Also bei GAP, dann muss man sich für diesen Morgen nicht lange rumquälen, sondern startet einfach unterhalb und hat dann gleich ein schönes, fettes Verkaufssignal. Oder im Verkaufssignal, hier wäre es in diesem Fall ein Verkaufssignal, wenn wir unterhalb starten, ist der Weg hier nach unten ziemlich deutlich offen hier im Wochenschot. Und das hält sich dann eben auch so schnell nicht auf. Dafür braucht es dann viele Wochen hier unten. Dann müssen wir erstmal runterkommen und dann hier vielleicht eine Bodenbildung beginnen. Das wäre dann wohl vermutlich eine Aufgabe für das Rest hier. Also jetzt hier in dieser Zone, wenn die 11.400 geknackt wird, jetzt gleich wieder long einsteigen. Also das würde ich lassen. Und der Seiten ist wirklich ganz kurzfristig und billig. Also irgendwelche Intradays möchte ich hier nicht reinquatschen. Aber übergeordnet bietet sich das dann nicht mehr an. Ganz wichtig, dass Cetra-Start in knapp einer halben Stunde. Im Trading-Shirt auf Trading-Portal werden wir das natürlich live verfolgen. Die letzte Chance für die Bullen ist das hier. Gucken wir nach hinein kurz in den Tagesschart. Cetra-Dax ist recht, links der Future. Auffällig war eben auch, dass das Volumen im Abverkauf stets höher war. Das war etwas mahnend. Hier ist der Cetra-Dax gestern Schlusskurs. Der Tiefpunkt lag bei 4,97. Von dort sollten wir ein Gap schlagen. Das ist schon ein ordentliches. Über 100 Punkte sind das aktuell. Wenn wir dann wirklich sogar unterhalb der 400 starten, das werden wir dann hier unten, wird man es dann bereits bewegen, unterhalb der Supportzone, wäre das eben eine gute Chance, dass wir ein direktes Verkaufssignal per Start erleben. Dann wäre das hier halt bloß eine Konsolidierung bewegen. Und so eine Zwischenkonsolidierung passiert dann gerne mal auf halber Strecke. Und das die erste Abwärtswelle ist, Zwischenkonsolidierung. Zweite Abwärtswelle kann man ja ungefähr gucken. Halbe Strecke, hier war das bei 11.400 knapp. Das sind knapp 12.400 zu 11.400, knapp 1.000 Punkte nach unten. Wenn das die zweite Abwärtswelle hier startet, dann sehen wir uns bei 10.800 wieder. Als Finale der zweiten Abwärtswelle. Das ist wirklich die erste, hier die zweite, Zwischenkonsolidierung, dann geht die zweite dann eben bis zur 10.800, weil das sehr gut passt, das wird die ersten wichtigen übergeordneten Supportzone. Wenn die denn eingeleitet wird, wo stehen wir? 360 im Future. Cetra DAX oberhalb, am besten oberhalb der 400, da wäre eine BR-Pfalle noch drin. Ansonsten muss man eben mit diesem Szenario dann langsam, muss man sich anfreunden, wenn der DAX heute nicht mehr über die 400 kommt. Wenn er unterhalb schließt, unterhalb eröffnet und immer unterhalb bleibt es bis auf den Tagesschluss, dann würde es mich nicht wundern, wenn man tiefrot den Tag am Ende zum Tagesschluss beenden und dann morgen genauso schwach wieder starten. Also die 400 müssen wir heute nehmen. Ansonsten geht es weiter mit der zweiten Abwärtswelle, die ich euch gerade hier übergeordnet benannt habe. Habe ich noch ein Bild für euch? Eigentlich habe ich kein weiteres Bild für euch. Es gilt einfach jetzt die Start-ups-Worten. Das große Target-Start-Bild habe ich hier noch. Es gab stets unterhalb 12.000, gab es eben immer noch mal einen weiteren Tiefpunkt hier in der Bodenbildungsphase. Könnte er das sein, das ist hier die bullische Variante, wenn er, hier könnte er, seht ihr das jetzt hier, gab es immer hier einen weiteren Tiefpunkt, hier nochmal ein neues Tiefangelaufen, hochgekauft, erste Tief, nochmal ein neues Tiefgelaufen, hier vielleicht ebenso, das wäre die bullische Variante. Aber dafür muss es eben den Rücklauf geben. Hier gab es immer lange Lunden zuletzt. Eine lange rote Vorfeldkarte wäre dann nicht das Zeichen. Gut, also das ist alles dabei gewesen. Da sehen wir uns dann gleich im Training-Shirt auf www.trainingportal.net und schauen, wie der Cetra Dax hineinkommt, der wichtige Start, 400, ganz wichtig heute. Falls wir dann heute nicht drüber zurückkommen, nicht zurücklaufen können, am besten dynamisch, dann müssen wir damit leben, dass hier vielleicht die zweite Abwärtswelle begonnen hat. Das ist die erste Abwärtswelle. Konsolidieren, zweite Abwärtswelle.